guten morgen heute ist der tag und zwar an dem unser erdgeschoss geliefert wird und da bin ich schon so gespannt drauf wie das dann schlussendlich ausschauen wird denn es wird genau sein wo ich jetzt stehe also genau hier aufgebaut und ja schauen wir uns gemeinsam einfach mal an also zuerst wird wieder der kran aufgebaut der ist schon über das wochenende da gestanden und zwar da hinten auf dem parkplatz und die wände sind auch schon da das ist wahrscheinlich der stufenaufgang und das kann ich noch nicht genau sagen was das für eine wand ist aber ja da sieht man schon ein fenster dadurch also wir sind gespannt wie es vorangeht so 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 und heute ist das obergeschoss dran jetzt bin ich schon mal gespannt wie schnell das geht weil gestern war alles so 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Alles klar, es ist fertig. Das Haus ist aufgestellt worden. Es hat nur zwei Tage gedauert und jetzt steht es so da. Ich bin extrem begeistert und freue mich, dass das jetzt mal geschafft ist. Bald werde ich euch mal mitnehmen und eine kleine Tour drinnen machen. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Also hier ist die Tour durchs Haus. Hier ist die Eingangstür. Hier sieht man schon die Garderobe. Also hier werden Kästen sein zum Umziehen, zum Niedersetzen und zum Schuheanziehen. Hier haben wir die Toilette. Dann haben wir hier noch, wahrscheinlich werden wir einen Spiegel installieren und so. Dann kommen wir hier in das Wohnzimmer. Und Küche und Esszimmer wird hier drinnen sein. Das ist unten sozusagen, Erdgeschoss. Hier kommt man aus dem Keller hoch und da geht man nach oben. Gut, hier oben angekommen. Zur rechten geht man hier rein. Hier ist Schrankraum und hier ist gleich Schlafzimmer. Hier drinnen. Hier ist Schrankraum und da geht es weiter ins Bad. Das ist Bad mit Dusche hier und dann nach draußen. Da ist nochmal ein Kinderbad. Da ist Kinderzimmer Nummer 1. Und da ist Kinderzimmer Nummer 2. Und hier nach vorne ist eine offene Galerie mit einem anschließenden Raum hier. Und ja, das ist soweit mal die Tour. Ich hoffe, es gefällt euch genauso viel wie mir, denn ich bin ziemlich begeistert. Da ja bald das Dach draufkommt und die Isolierung oben am Dach gemacht werden soll, haben wir heute schon die Kabel durchgezogen. Alle die Kabel, die in die Decken gehen, wie zum Beispiel hier. Die haben wir schon eingezogen und beschriftet und schon mal hierher zum Unterverteiler für dieses Geschoss geleitet. Das einzige, was noch nicht verkabelt ist, sind diese Spots da oben. Die müssen wir noch mit einem passenden Bohrer abschneiden, damit das passt dann nachher und dann auch noch verkabeln. Die werden wir noch nicht verkaufeln. Die werden wir noch Kräuter machen. Aufzuhören jetzt. ,